Musik Die Träume, die unsere Kinder haben, die können eigentlich die Welt verändern. Aber Kinder, die von Zwangsarbeit betroffen sind, die haben diese Chance nicht. Weil sie nicht in die Schule gehen können, geben wir ihnen die Chance, durch Bildung ihre Träume zu verwirklichen und beenden wir den Teufelskreis von Kinderarbeit.